Hallo und guten Abend, kann man ja schon sagen. Es ist 18 Uhr. Live aus Hannover melden wir uns zu unserem Tariftalk der IG BCE. Wir werden uns heute beschäftigen mit der Tarifrunde der chemisch-pharmazeutischen Industrie. Für 580.000 Beschäftigte verhandeln wir ja im Moment mit der Arbeitgeberseite und wir sind auf dem besten Wege sozusagen in die heiße Phase einzutreten und unseren Verhandlungsführer, den haben wir ja heute für euch hier live und in Farbe, Ralf Sikorski, unser stellvertretender Vorsitzender. Hallo, grüßt euch. Hallo Ralf. Ja, die Tarifrunde, wie ich schon sagte, ist sozusagen auf dem Weg in die heiße Phase. Hat ja begonnen mit der Forderungsempfehlung schon Ende November und mit dem Forderungsbeschluss nach den langen Diskussionen, internen Diskussionen in den Betrieben am 22. Februar beschlossen von der Bundestarifkommission und ich will euch noch mal abholen, was wir da eigentlich und ihr da beschlossen habt. Da seht ihr sozusagen noch mal alles auf einen Blick. Die Erhöhung der Entgelte und Ausbildungsvergütungen mit einem Kaufkraft, die einen Kaufkraftgewinn sozusagen bringen sollen, die Schichtzuschläge auf einheitlich 25 Prozent bei den Nachtschichten, eine Stärkung der Ausbildung, die das dringend nötig hat, der Ausbildungsqualität und der Zahlen und das Thema mobile Arbeit wollen wir angehen. Das Ganze verhandeln wir jetzt schon auf regionaler Ebene seit Anfang März und zum ersten Mal in der Bundesverhandlungsrunde in der vergangenen Woche. Und wie das bisher gelaufen ist, das würden wir euch gerne mal in einer Zusammenfassung zeigen. Viel geredet, wenig erreicht. So in etwa lassen sich zumindest die regionalen Tarifverhandlungen zwischen IG BCE und Arbeitgebervertretung der chemischen Industrie zusammenfassen. Weder bei den Themen Ausbildung und Transformation noch bei den dringend anzuhebenden Entgelten und Schichtzuschlägen zeigte sich die Arbeitgeberseite kompromissbereit. Wir haben keinen Abschluss gemacht. Wir haben uns vertagt und die Darstellung einer wirtschaftlich guten Situation ist von den Arbeitgebern zwar zur Kenntnis genommen, aber komplett anders interpretiert worden. Sowohl bei unserer Forderungsstärkung der Kaufkraft als auch bei der Anhebung der Schichtzuschläge auf 25 Prozent haben die Arbeitgeber abgefunden. Wir kommen hier gerade aus der Tarifverhandlung raus. Die Arbeitgeber haben uns kein Angebot gemacht. Sie sind der Auffassung, es gibt nichts zu verteilen. Die Zukunft wäre zu ungewiss und von daher bekommen wir am besten nichts. Auch in Hannover, wo die Verhandlungen auf Bundesebene fortgesetzt wurden, ließen sich keine konkreten Ergebnisse erzielen. Daran änderte auch der Vorstoß der IG BCE nichts, unter Berücksichtigung der schwierigen Weltlage wenigstens eine vorübergehende Brückenlösung zugunsten der Beschäftigten zu finden. Die Arbeitgeberseite lamentiert. Die Mitglieder der Bundestarifkommission sind enttäuscht. Das Ganze leider ernüchternd. Ich habe echt gedacht, wir kriegen das hin heute. Ich bin enttäuscht, wie die Tarifverhandlungen die letzten zwei Tage gelaufen sind. Ich hatte gedacht, dass auch der Arbeitgeber versteht, wie wichtig es jetzt heute eine Lösung zu finden. Wir haben sozusagen klargemacht, was die Positionen sind, dass wir hier eine Brücke bilden wollen, dass wir auch die Wertigkeit der Tabelle, dass wir dort eine Steigerung unbedingt sehen wollen. Und genau damit geht es in die nächste Runde. Wir sehen uns am 4. und 5. April in Wiesbaden. Genau. Und vorher sehen wir uns noch hier und haben noch einiges zu besprechen. Viele Fragen von euch sind uns schon eingegangen und ihr könnt sie aber gleichzeitig immer noch live stellen, während wir hier sprechen. Und zwar einfach über das Chat-Tool, das ihr unten im Videofenster eingeblendet seht. Da steht deine Frage. Da braucht ihr das nur eintippen. Und für all diejenigen, die uns über die App zugeschaltet sind, ihr müsstet dann das Bild etwas verkleinern. Dann seht ihr sozusagen auch dieses Chat-Tool. Also beteiligt euch rege. Es gibt viel zu besprechen. Ralf ist für alle Fragen zu haben und wird nach bestem Wissen und Gewissen sie beantworten. Wir haben unter den Fragen auch einige, die per Video uns erreicht haben und würden jetzt gleich mal mit der ersten Frage beginnen. Lieber Ralf, die kommt von Sascha von der Firma Vesuvius. Hallo Ralf. Meine Frage wäre, wir haben Sozialpartnerschaften, wir haben Bonis, wir haben Rekorddividenden, die gezahlt werden. Wo bleibt da der Ausgleich für Arbeitnehmer? Ja, lieber Sascha, genau die Frage haben wir schon ein paar Mal gestellt in den letzten Tarifrunden und bisher keine Antwort drauf bekommen. Aber das ist natürlich die entscheidende Frage, wie auf der einen Seite es in Einklang zu bringen ist, dass wir ein Superjahr in den meisten Betrieben in der Chemieindustrie hinter uns haben, dass wir tolle Ergebnisse haben, dass viele Unternehmen jetzt an den anstehenden Hauptversammlungen ihre Dividenden erhöhen, Boni-Zahlungen haben. Das tun die Arbeitgeber mal so ein bisschen damit ab. Das ist der Blick zurück für das letzte Jahr. Wir müssen in die Zukunft schauen etc. Aber ich glaube, dass diese Position nicht zu halten ist, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hoffe es zumindest für die kommende Woche, wenn wir in Wiesbaden zusammen sind. Denn da müssen wir konkret werden. Das geht so nicht weiter, dass wir das immer wieder versuchen wegzumoderieren. Wir werden sehr eindringlich, das haben wir in der letzten Runde getan, und das werden wir in Wiesbaden wieder tun, den Preis, den unsere Kolleginnen und Kollegen verdient haben, ihren Teil, insbesondere mit Blick auf die Inflationsraten, die ja tagtäglich steigen, so einzupreisen, dass es am Ende des Tages auch eine Wertschätzung eurer Arbeit ist und deutlich macht, dass ohne euch in diesem Land nichts läuft. Und das ist zum Nulltarif nicht zu haben. Vielleicht gleich da nochmal anknüpfend. Und es ist gerade live eine Frage eingegangen, Ralf. Da heißt es, warum wird keine klare Zahl zur Entgelterhöhung genannt? Bei wie viel Prozent hat die IG BCE angesetzt bei den Verhandlungen? Also wir haben über Prozente in der letzten Runde noch gar nicht geredet, weil wir nicht dazu kamen. Es gab ein paar andere Themen, wo es durchaus auch Annäherung gab. Da werden wir sicherlich noch im Laufe der nächsten Stunde darauf zu sprechen kommen. Und ich bin ganz froh, wenn ich ehrlich bin, dass wir die kluge Entscheidung im November letzten Jahres bei der Empfehlung getroffen haben, die Zahl nicht so konkret zu beschreiben. Die Erklärung dafür hat sich allein in den letzten Tagen und Wochen ergeben. Ich meine, ich habe selber in den letzten Jahren noch nie erlebt, dass die Inflationsraten eine derartige sprunghafte Entwicklung gemacht haben. Und alles das, was im Februar, als wir am 22. dann in der Bundestarifkommission die konkrete Forderungen noch mal bestätigt haben, hat dazu geführt, dass wir selbst da, das ist ja gerade mal drei Wochen her, zwei Wochen her, am Ende des Tages falsch gelegen hätten, wenn wir eine Zahl beschrieben hätten, weil von da bis heute sich schon wieder unglaublich viel entwickelt hat. Und eine solche Dynamik und eine solche Volatilität in der Frage der wirtschaftlichen Entwicklung, natürlich bedingt auch durch den fürchterlichen Angriff auf die Ukraine und Putins Handeln dort, hat die Welt noch mal komplett auf den Kopf gestellt. Von daher war es, glaube ich, ganz gut, das nicht in der Zahl zu betonieren, denn sie wäre so oder so zu niedrig oder zu hoch gewesen. Und wir werden das aber nächste Woche konkretisieren, wenn es dann in die konkreten Verhandlungen geht. Du hast den Krieg in der Ukraine schon angesprochen, Ralf. Dazu haben uns natürlich auch unheimlich viele Fragen jetzt schon im Vorfeld erreicht von euch. Ich nehme jetzt einfach nur mal zwei raus, die wir vielleicht dann einfach mal gemeinsam angehen können. Dennis hatte über Instagram gefragt, wie realistisch ist überhaupt noch eine deutliche Entgelterhöhung bei der aktuellen Lage in der Ukraine? Eine andere Frage war, was ist mit der realen Kaufkrafterhöhung? Steht die noch im Raum? Ich will mal damit anfangen, dass ich noch mal meine persönliche Einschätzung abgebe. Ich bin ja seit 40 Jahren gewerkschaftlich unterwegs. Ich habe eine solche Ausgangslage vor einer Tarifrunde oder vor Gesprächen, die stattfinden, um irgendwas zu regeln, ehrlich gesagt noch nicht erlebt. Das, was uns dieser, ich muss aufpassen, dass ich mich jetzt in der Wortwahl nicht vergreife, aber das, was uns Putin mit seinem Angriff auf der Ukraine beschert hat, was menschenverachtend ist, was völkerrechtlich zu verurteilen ist, was das Potenzial hat, die ganze Welt in Mitleidenschaft zu ziehen, ist eine Ausgangslage, die dürfen wir einfach nicht ignorieren. Und wir haben die total verrückte Situation, dass wir auf der einen Seite Top-Ergebnisse, übrigens auch im ersten Quartal 2022, denn die Krise ist ja nicht angekommen in den Betrieben, in vielen schon, in einigen schon, da wo Zulieferprobleme und Lieferkettenprobleme da sind. Wenn ich die mal kurz beiseite schiebe, ich will sie nicht ignorieren, aber da müssen wir andere Lösungen finden, haben wir nach wie vor eine Top-Situation in der Chemieindustrie. Und da hat sich auch seit dem 24. Februar nichts geändert. Auf der anderen Seite dürfen wir an der Stelle nicht ignorieren, dass wir eine Situation haben, die sich stündlich, täglich ändern kann, weil wir nicht wissen, was dort an Verrücktheiten noch alles passiert und was dieser Idiot aus Moskau noch alles der Welt beschert. Und da ist natürlich das Thema, das kennt ihr alle aus den Nachrichten, jede Abendsendung ist damit gefüllt, das Thema Gasembargo auf der einen Seite oder Einstellung von Gaslieferungen, und Reduzierung von Gaslieferungen eine echte Bedrohung, nicht nur für Deutschland, aber da im Besonderen wegen der Abhängigkeit und auf der anderen Seite natürlich für Gesamteuropa. Und deswegen haben wir ja die Idee entwickelt, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen, diese beiden Dinge zusammenzubringen. Man kann die aktuelle Situation und das, was an Befürchtungen, die dahinter stecken, die zwar nicht real sind und konkret sind, im Gegensatz zu den wirtschaftlichen Kenndaten, die wir haben, die sind Fakt auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eine Schau nach vorne, ein Blick nach vorne, der völlig unklar ist, dann dazu geführt hat, dass wir den Versuch machen, und das ist unser Angebot und war unser Angebot, diese beiden Dinge zusammenzubringen. Und nochmal, ich habe eine solche Ausgangslage, ehrlich gesagt, in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt, weil die Preise, die Energiepreise, die wesentlicher Treiber, nicht nur, aber wesentlicher Treiber der derzeitigen Inflationsraten sind, treffen ja beide gleichermaßen. Auf der einen Seite die Unternehmen, was Versorgungssicherheit, aber auch Preise angeht, und auf der anderen Seite unsere Kolleginnen und Kollegen an der Tankstelle. Der Preis wird ein bisschen runtergegangen, aber 2,30 Euro, da kriegst du einen Horror, wenn der mit deinem Auto zur Arbeit muss, und die Heizungsrechnung kommt noch, und die Stromrechnung kommt noch. All diese Dinge wirken gleichermaßen, sowohl auf die Beschäftigten einerseits, als auch auf die Wirtschaft andererseits. Und deshalb muss man, glaube ich, wenn man klug und intelligent beraten ist, weder die eine Seite in den Vordergrund schieben, noch die andere, sondern den Versuch zu machen, diese beiden Dinge zusammenzubringen. Man kann das nicht einseitig beantworten. Im Übrigen, auch das ist ein Stück der Wahrheit bei aller Wertschätzung unserer eigenen Tarifrunden. Wenn das wirklich zu einem Problem wird in den kommenden Wochen und Monaten, dass ein Gasembargo komplett käme, Gaslieferungen komplett ausbleiben, dann wird mit Sicherheit diese Tarifrunde das Problem für die deutsche Wirtschaft nicht lösen. Auch das gehört zur Wahrheit. Und gerade in Krisenzeiten, dann vielleicht auch genug zu diesem Punkt, ist die Stärkung der Binnennachfrage immer eines, das alle Wirtschaftsinstitute empfehlen an der Stelle. Also wenn der Export hinkt oder aus den bekannten Gründen rückläufig ist, ist es gerade gut, Binnennachfrage zu organisieren. Da hängen so viele Facetten an Themen dran, dass es so ein bisschen wirkt wie die Quadratur des Kreises, was wir da vor uns haben. Ich bin da in großer Sorge, was die Zukunft angeht. Ich lasse mich aber auch nicht treiben, dass man deswegen all das, was an Bedürfnissen bei unseren Kolleginnen und Kollegen da ist, einfach hinten anstellt oder sagt, wir verschieben mal oder gucken mal. Das wird auch nicht gehen, weil das haben die Menschen auch nicht verdient. Du hast eben schon erwähnt, dass die gewaltige unsichere Lage, die nun entstanden ist, seit dieser Attacke am 24. Februar, und unsere Idee sozusagen damit umzugehen. Du hast das eine Brücke über das Tal der Unsicherheit genannt, die wir da bauen wollen. Dazu haben uns natürlich auch viele Fragen erreicht. Hier kommt eine von Andrea von Bayer per Video. Hallo Ralf, vielen Dank für deine Tarifarbeit, die bisher geleistet hast und jetzt wieder gerade ansteht. Es ist immer was Neues in den Tarifverhandlungen. Diesmal ist es das Wort Brückenkonzept, Brückenlösung. Kannst du uns nochmal mit einfachen Worten vielleicht erklären, was es damit auf sich hat? Dankeschön. Ich will das mal versuchen. Und wir haben das versucht, auch den Arbeitgebern zu erklären. Ich glaube, ihr versteht es schneller. Mal sehen, was dann nächste Woche passiert. Was damit gemeint ist, ist im Grunde genommen das, was ich gerade beschrieben habe. Wir hatten vor dem 24. Februar eine auch schon unsichtige Situation, aber nicht in der Dimension, die das durch die kriegerischen Überfall auf die Ukraine bekommen hat. Und das, was wir derzeit an überhitzten Preissteigerungsraten erleben, ist natürlich Folge auch dessen, was da gerade passiert. Deswegen ist die Frage, ob man den Teil von Überhitzung einerseits, der zurzeit real ist, wir werden ja auch die Märzzahlen dann irgendwann bekommen, zum Maßstab nimmt, oder das, was vor dem 24. Februar Maßstab gewesen ist, für die Frage von ganz normalen Preis- und Inflationsentwicklungen. Und die waren im Übrigen auch nicht niedrig. Und vielleicht mal ganz kurz eine Zahl. Wenn wir die Energiepreise, die aktuellen, rausrechnen würden, hätten wir immer noch aktuell eine Preissteigerungsrate von 3,2 Prozent bei Lebensmitteln und vielen, vielen anderen Produkten. Also es ist der Bedarf da, Kaufkraft auszugleichen. Das ist ja unser Ziel an der Stelle. Aber wegen der Unsicherheiten, weil viele Annahmen im Moment Psychologie sind, und die Preise deshalb hochgehen, auch wenn Märkte sich verändern, etc. Aber ob das über das ganze Jahr so wirkt und ob es möglicherweise noch viel, viel schlimmer wird mit Horror-Szenarien oder sich wieder entspannt. Diese Frage ist offen. Und deswegen wollen wir diesen Teil auf der einen Seite mit dieser Brücke, die wir so bezeichnet haben, überbrücken, um dann mal Ende des Jahres Klarheit darüber zu haben, wo wir denn stehen. Der andere Teil, den wir im Fokus hatten vor dem 24., der ohnehin an Preissteigerungsraten von den Wirtschaftsinstituten prognostiziert gewesen ist in diesem Jahr, der muss einfach unabhängig von der Frage betrachtet werden. Also unser Angebot ist, aufgrund der aktuellen Entwicklung, aufgrund der dramatischen Situation, die wir dort haben, jetzt nicht verrückt zu spielen und den tagesaktuellen Inflationswert zum Maßstab zu nehmen, sondern das, was mit einem nüchternen Blick im Grunde genommen Realität ist für das kommende Jahr, für 2022, auf der einen Seite zu fixen. Das heißt auch mit Erhöhung der Entgelte. Da ist ja so die eine oder andere Interpretation unterwegs gewesen. Es geht da nicht um Einmalzahlung, es geht da nicht um Verschieben, es geht da nicht um Ignoranz dessen, was wir ohnehin an Erwartungen hätten, sondern das muss auf Entgelte wirken, das muss nachhaltig wirken vor allen Dingen. Und dazu haben wir ja entsprechende Forderungen auch beschlossen, dazu gehört der Schichtteil ja gleichermaßen. Um dann den anderen Teil, der im Moment an Überhitzung da ist, in einer Form, ich nenne sie mal eine einmalige Inflationsbeihilfe oder Energiebeihilfe, Inflationsbeihilfe trifft es glaube ich am besten, jetzt mit hineinzunehmen, aber ohne nachhaltige Wirkung, sondern das in Form einer einmaligen Zahlung zu machen und dann am Ende des Jahres, der Datum steht da nicht fest, wir müssen ja erstmal da hinkommen, wir sind da weit von entfernt, am Ende des Jahres zu schauen, wie hat sich denn die Inflationsrate nun wirklich entwickelt, wie hat sich die deutsche Wirtschaft wirklich entwickelt, wie hat sich die geopolitische Lage wirklich entwickelt und dann einen klaren, nüchternen Brief darauf zu haben, ob man den Teil dann im Nachgang einpreist oder wie man nach vorne schaut. Das ist die Idee der Brücke, weil die überhitzten Kenndaten, die wir da derzeit haben, am Ende des Tages keine reale Basis haben. Es kann auf der einen Seite dramatischer werden, das ist nicht ausgeschlossen, es kann aber auch sich wieder entspannen und jetzt Entscheidungen zu treffen, die dann in die eine wie in die andere Richtung nachhaltige Effekte haben, sowohl für uns als auch für die Unternehmen, ist glaube ich nicht eine besonders intelligente Lösung. Also kurz gefasst, nochmal, wir brauchen einen Pfeiler, der nachhaltig auf die Entgelte wirkt, auf die Tabellen wirkt und für die Zukunft gesichert ist und wir brauchen den Spread zu den verrückten Entwicklungen, die wir da derzeit erleben, in Form einer einmaligen Inflationsbeihilfe für die Kolleginnen und Kollegen und wir werden Ende des Jahres dann schauen, wo wir stehen und was das für die weiteren Schritte heißt. Dazu eine Detailfrage, die uns gerade live erreicht hat von Christian aus Bayern. Spielt eine Erhöhung des TV-Demo-Betrags bei der Brücke eine Rolle? Das weiß ich nicht. Die Frage kann ich nicht beantworten, weil wir im Moment, ich habe es ja gerade schon angekündigt, noch gar nicht in dem Modus sind über die Frage, baut man eine Einmalzahlung dazu, wie geht man mit dem Entgeltanteil um, den wir brauchen. Darauf haben unsere Kolleginnen und Kollegen auch einen Anspruch. Und wie wir das dann ausdefinieren, weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen, ob da eine Stichtagdefinition, und ob eine Flexibilität da reinkommt. Das ist immer am Ende des Tages Verhandlungssache. Sorry, ich würde die Frage gerne beantworten. Ich weiß auch, was dahinter steckt, insbesondere Stichtage, die in Verbindung mit Elternzeit oder mit anderen Instrumenten eine Rolle spielen. Die haben wir natürlich im Fokus, weil meine Jungs und Mädels, die mir da zur Seite stehen, alle Profis sind und diese Dinge mit dem Kopf haben. Das ist am Ende des Tages aber Verhandlungssache. Und das hängt davon ab, ob wir überhaupt da hinkommen. Im Moment habe ich eher das Gefühl, die Arbeitgeber sehen das Gesamtkonstrukt dessen, was wir im Angebot haben, noch überhaupt nicht, sondern stehen da irgendwo bei Null und hoffen, dass sie mit einem Verschieben oder sonst wie aus der Nummer rauskommen. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, das wird nicht passieren. Eine weitere Detailfrage von Erich aus Schweinfurt. Er fragt, wäre es nicht die richtige Lösung, einen Bonus nur für Mitglieder als Brückenlösung zu erdenken. Den fordern wir ja schon lange. Und klar war immer, dass die Arbeitgeberseite das nur in Notsituationen mitmacht. Jetzt wäre es soweit, sagt er. Eine völlig richtige Betrachtung. Wir haben in der letzten Tarifrunde, ich weiß nicht, zwei, drei Stunden. Nicht über Bonus an sich, sondern über die Frage, welche Verantwortung nehmen die sogenannten Sozialpartner eigentlich für sich mit Blick auf den Partner an der Stelle. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass wir ein extrem starkes Interesse als IGBCE daran haben, dass auf der Arbeitgeberseite Mitgliederbindung und Halten von Mitgliedern, Gewinn von Mitgliedern für uns eine wichtige Komponente ist. Ich mache das mal aus meiner persönlichen Erfahrungswelt deutlich. Ich war in Rheinland-Pfalz, ich habe viele Standortvereinbarungen dort verhandelt, wo Besonderkonditionen, was auch immer, beredet haben, meistens in wirtschaftlich schwierigen Situationen. Aber uns war wichtig, dass sie im Flächentarifvertrag drin bleiben. Und es gab nicht eine einzige Standortvereinbarung, die wir am Ende unterschriftsreif definiert hatten, wo der letzte Paragraf darin gestand, dass die Verpflichtung, Mitglied im Arbeitgeberverband der Chemie zu bleiben, Bedingung ist für die Konditionen, die wir in diesem Tarifvertrag definiert haben. Und die Frage, wann wir denn endlich mal dazu kommen, auch mit Blick auf die veränderte Arbeitswelt, auch mit Blick auf Transformation, wenn ich jetzt mal die aktuelle Krise kurz beiseite schiebe, wann wir denn zu der Entscheidung kommen, dass der Blick, Mitgliederbindungen mit der jeweiligen Seite zu verbinden und dann zu Instrumenten zu kommen, haben wir mit denen diskutiert. Das ist viel mehr im Übrigen, ich will das nicht zerreden, als eine Bonuszahlung. Ich habe denen auch gesagt, ich werde im Bonus nicht mehr betteln. An der Stelle haben wir noch nie gemacht, aber wir haben immer versucht, da eine Brücke zu bauen. Und du hast vollkommen recht mit deiner Frage, da wo wir Standortvereinbarungen machen, also jenseits dieser Verbandspolitik, die dahinter steckt, haben wir Bonusregeln noch und nöcher. Wir haben hunderte von Tarifverträgen, wo in irgendeiner Form, ich sage nie Bonus, sondern Nachteilsausgleich für Gewerkschaftsmitglieder gemacht werden. Und wir haben das in der letzten Woche sehr, sehr gründlich diskutiert. Und ich bin auch an einem Punkt, wo ich sage, wir werden diesen Teil der Veranstaltung nicht nur bezogen auf den Bonus, sondern da geht es um grundsätzlichere Fragen an der Stelle in absehbarer Zeit in der Bundestarifkommission bereden müssen in der Frage, wie gehen wir eigentlich tarifpolitisch und strategisch mit diesem Umstand um. Wir werden dafür gelobt, dass wir super Tarifverträge haben. Wir werden dafür gelobt, dass wir das alles reibungslos über die Bühne kriegen, mit Verhandlungsgeschick, mit guten Argumenten, aber ohne mit der ganzen Kettenrasse drumherum. Ob das Geschäftsmodell dauerhaft so haltbar ist, weiß ich nicht. Ich will es auch gar nicht ändern an der Stelle. Aber die Ignoranz bei diesem Thema, nochmal, ich gehe da über das Thema Bonus hinaus, die Ignoranz bei diesem Thema, die werden wir dauerhaft nicht mehr zulassen können. Auch mit Blick auf sich verändernde Rahmenbedingungen. Wenn die Wirtschaft sich ändert, wenn die Arbeitsverhältnisse sich ändern, Digitalisierung ins Haus steht, da sind das doch Fragestellungen, wo man auf der einen Seite sagt, die muss man gemeinsam Arbeitgeber, Arbeitnehmer im gemeinsamen Interesse lösen. Dann muss man aber auch Verantwortung dafür übernehmen, deutlich zu machen, dass man eine starke Mitgliederbindung auch auf der gewerkschaftlichen Seite organisiert. Und ihr könnt sicher sein, dass wir in den kommenden Jahren diese Frage zum Mittelpunkt machen. Und da geht es mir nicht alleine um die Forderung eines Bonus an der Stelle. Darüber werden wir zu reden haben. Sondern es geht darum, ob man die Instrumente, das fängt an bei Zugang, zu den Betrieben in einer digitalisierten Welt. Und das hört auf bei der Frage, was kriegen eigentlich diejenigen, die jedes Jahr anständig 200, 300, 400, 500 Euro Gewerkschaftsbeitrag zahlen, denn die bezahlen die Show und die sorgen auch dafür, dass wir zu intelligenten und flexiblen Lösungen kommen. Und nochmal, wir haben das sehr, sehr intensiv diskutiert, sehr nachhaltig diskutiert, sehr ernst diskutiert, ohne Aufregung, weil sich jedes Mal vor dieser Frage zu drücken, oder aus ideologischen Argumenten der 70er Jahre heraus Zukunftsfragen der sozialen Beziehung zu definieren, wird dauerhaft so nicht weitergehen. Okay, zum Thema Entgelt haben wir uns noch eine Menge anderer Fragen erreicht, die sollten wir zumindest auch nochmal erstreifen. Der Betriebsrat, der Befesa, hat seine Kolleginnen und Kollegen gefragt und dann uns eine Frage zum Beispiel rübergespielt, da geht es um die unteren Lohngruppen und die Frage, wenn im Oktober der Mindestlohn auf 12 Euro steigt, wie wir eigentlich darauf reagieren, weil der Abstand sozusagen zu den unteren Lohngruppen in der Entgelttabelle geringer wird. Spielt das eine Rolle? In dem Fall nicht. Zumindest nicht in der Chemieindustrie. Wir haben andere Branchen, wo das natürlich eine Rolle spielen muss, weil wir dort andere Tarifsätze haben. In der Chemieindustrie liegt unser Mindestlohn E1, je nach Bundesland zwischen 16,57 Euro und 17,03 Euro. Also da sind wir noch Kilometer weit entfernt von der Frage eines gesetzlichen Mindestlohnes von 12 Euro. Dass das natürlich dann immer näher aneinander rückt, aber nochmal, da haben wir Branchen, wo wir eher Nachholbedarf haben, wo der Abstand auch dann kleiner wird in der Chemieindustrie. Darauf können wir stolz sein. An der Stelle fängt unser Mindestlohn bei 16,57 Euro an und das sind völlig andere Dimensionen als das, was wir bei prekären Beschäftigten in anderen Branchen erleben. Darauf sind wir stolz. Im Übrigen kennt ihr selber aus den Betrieben E1 ist jetzt nicht die Entgeltgruppe, wo sich Massen von Menschen bewegen, also geht das Ganze noch ein Tipp nach oben an der Stelle. Deswegen wird der Teil jetzt ganz konkret in dieser Tarifrunde keine Rolle spielen. Wobei gleichzeitig die unteren Tarifgruppen eine Rolle spielen könnten, wenn wir über das Thema Festbetrag, darüber wurde ja auch gesprochen, wenn wir darüber reden. Dazu gibt es eine Frage von Thomas, der sagt, eine prozentuale Erhöhung oder ein Festbetrag. seine Frage ist, ist ein Festbetrag nicht eine Entwertung der höheren Lohngruppen? Mit den Eingruppierungen wird die Wertigkeit einer Tätigkeit beschrieben und die Differenz wird durch einen Festbetrag kleiner. Also, wir haben diese Diskussion, muss man für die unteren Entgeltgruppen mehr tun als für die oberen Entgeltgruppen, weil die Sätze, wir haben jetzt seit 35 Jahren den Bundesentgelttarifvertrag, die Sätze und die Abstände zwischen den Entgeltgruppen prozentual übergleich geblieben sind, aber die Summen, die dahinter stehen, durch 35 Jahre ordentliche Tarifarbeit und viele, viele Steigerungen, sind natürlich extrem auseinandergegangen. Konkret beschrieben, die Zahl stimmt jetzt nicht auf den Cent genau, aber wir fangen unten an in R1 bei 2700 und das endet dann bei rund 6800 in E13. Ich glaube, die Zahlen stimmen ungefähr. Daran sieht man, wie groß die Spreizung geworden ist. Das ist der eine Teil und diese Diskussion muss man für die unteren ausnahmsweise was mehr tun. Es gibt diese Begriffe wie Sockelbeträge und Festbeträge. Das ist eine tarifpolitische Diskussion, die wir seit vielen Jahren haben. Und natürlich führt das, wenn man mit solchen Instrumenten arbeitet, zu einer Verschiebung des Prozentwertes, der dahinter steckt. Nominal kriegen die in E13 natürlich trotzdem mehr und am Ende des Tages muss man mit sowas aufpassen, weil man sonst das Gefüge, das wir vor 35 Jahren ja zurechtgeschaffen haben, mit den Abständen auseinandergerät. Jetzt komme ich aber zur aktuellen Situation an der Stelle. Und die Diskussion, die wir in der Gesellschaft haben, muss man bei der Frage Energiebeihilfe, ist das ja hochgepumpt, muss man für die Haushalte, die am Ende des Monats mehr Monat als Portemonnaie überhaben oder Geld, in der Extremsituation, in der wir uns gerade befinden, ausnahmsweise mal anders agieren. Und das haben wir vor, das haben wir auch in der ersten Verhandlungsrunde eingespielt, weil am Ende des Tages bediene ich einmal die Diskussion damit, aber mir geht es eigentlich darum, dass die Wirkung an der Zapfsäule bei jemandem, der in E3, E4 ist, eine andere ist als jemand in E13. Das mag natürlich kein Dauerzustand sein, das werden wir auch nicht in jeder Tarifrunde jetzt zukünftig so machen, aber die Belastung für jemanden, der in der unteren Entgeltgruppe ist, Männlein, Weiblein, mit Familie, zu Hause, ist eine andere Stresssituation, als wenn ich ordentlich verdiene, verdiene alle ordentlich, aber ihr wisst, was ich damit meine. Das führt am Ende doch nicht zu einer Entwertung, sondern wir reden hier über, wenn ich das dann wieder in Prozente umlege, über eine Situation, die sich dann natürlich darstellt, aber am Ende des Tages auch so minimal ist, dass sie, wenn sie kombiniert wird mit anderen Instrumenten, wir haben ja auch noch möglicherweise dann eine Inflationsbeihilfe, die da drauf wirkt, wo der Effekt ein anderer sein kann. Also wir haben signalisiert, dass wir beim Entgelt wahrscheinlich, zumindest bei einem der beiden Komponenten unserer Brücke, entweder beim Entgelt oder bei der Inflationsbeihilfe, dafür sorgen, dass wir dort mit festen Beträgen auch die besondere stressige Situation untere, mittlere Entgeltgruppen entsprechend würdigen wollen. Wir haben uns auch darauf verständigt, dass man das möglicherweise nicht bei beiden Instrumenten macht. Also wenn ich das dann auf der anderen Seite wieder in Prozente umrechne, habe ich den Effekt bei den 13ern wieder höher als bei den Einsern, dass es mit einen vernünftigen Ausgleich gibt. Aber nochmal, an dieser Stelle Solidarität zu zeigen und zu sagen, dass die Belastung für diejenigen, wo das Portemonnaie ein bisschen dünner ist, als bei anderen, das kann man sicherlich einmalig, insbesondere in einer solchen stressigen Situation machen, weil es eine Frage der Solidarität ist. Da haben wir jetzt relativ viel über, sage ich mal, unsere Vorschläge, unsere Ideen gesprochen. Thomas aus Berlin fragt gerade, welches Angebot haben denn überhaupt die Arbeitgeber konkret bisher auf den Tisch gelegt? Zahlen, Daten, Fakten, wünscht er sich? Wenn ich jetzt meine Tempotaschentücher hier nicht in der Hose hätte, würde ich die Inlets rausziehen und dann hätte es auch das Angebot der Arbeitgeber. Also bisher lag nichts auf dem Tisch. Wir haben bei den anderen Punkten, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, ein bisschen Annäherung. Beim Entgelt ist bisher weder ein Angebot, weder ein konkreter Vorschlag, außer dem Punkt, den ich gerade beschrieben habe, dass man möglicherweise auch mit der Struktur entsprechend arbeiten kann. Konkrete Zahlen sind bisher nicht genannt worden. Das ist das gleiche Spiel wie bei jeder Tarifrunde. Ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass wir mit Blick auf die dramatische Situation, in der wir uns bewegen und dem möglicherweise gemeinsamen Blick, es ist ganz gut, nach intelligenten Lösungen zu suchen, die auf der einen Seite klar sind für unsere Leute, auf der anderen Seite auch Kaufkraft generieren, aber eben in der Frage eher die Unsicherheit überbrocken wollen, dass man diese Gelegenheit direkt beim Schopfe passt und möglicherweise versucht, auch schnell sich da anzunähern. Aber das ist halt wie bei jeder Runde, erst mal kommt man mit leeren Händen und stellt fest, dass man so nicht nach Hause kommt. Und dann hoffe ich mal, dass wir das am 4.5. konkreter machen können. Mir tut das leid, weil die Chance vertan worden ist, das in Hannover direkt zu lösen. Zahlen, Daten, Fakten haben wir natürlich parat, lieber Thomas. Zum Thema Entgeltentwicklung in der Vergangenheit wollten wir euch einfach noch mal abholen mit einer Grafik, die sozusagen zeigen soll, wie wir in den vergangenen 25 Jahren die Entgeltentwicklung gestaltet haben, in der chemischen Industrie. Und man sieht also, dass die Entgelte in der Vergangenheit im Prinzip doppelt so schnell gestiegen sind wie die Preise. Das ist sicherlich eine, wie ich finde, sehr eindrucksvolle Grafik. Und die ist gelungen, durchzusetzen, weil man am Ende dann doch die Arbeitgeber mit den besseren Argumenten bewegen konnte, einzulenken. Das vielleicht mal zum ganzen Thema Entgelt und Inflation. Wir kommen dann vielleicht noch mal hinterher drauf. Ich bin heute ein bisschen ernster als sonst, weil es auch keinen Spaß macht, Spaß zu machen in der jetzigen Situation. Aber das Chart ist natürlich ein schönes und wie hat mein alter Freund John Wayne gesagt, wir sind vielleicht nicht die Besten, aber verdammt gut. Gut, besser kann ich es nicht zusammenfassen. Das bringt uns zum nächsten Thema, das vielen ja auch wirklich seit Jahren auf den Nägeln brennt, das Thema Schichtarbeit. Vielleicht, Reif, kannst du noch mal einen kurzen Satz dazu sagen, bevor wir in die Detailfragen gehen, warum wir das sozusagen aufs Tapet gehoben haben? Also natürlich ist das Thema Schicht immer eins, das für uns eine große Rolle spielt, weil im Übrigen, ich erinnere noch mal an die Diskussion oder den Beitrag von eben, da sitzen unsere Mitglieder, Frau Gründerich. Und wir wissen auch, dass Schicht eine besonders belastete Tätigkeit am Ende des Tages ist und eigentlich, die Diskussion haben wir auch geführt am Montag, Dienstag, müsste man eher über die Frage von Zeitkomponenten reden, was die Entlastung angeht. Das ist aber mit Blick auf die fürchterliche Fachkräftesituation nur schwer umsetzbar. Das haben wir auch erlebt in der letzten Tarifrunde mit dem Zukunftsbetrag. Da haben wir auch Zeitelemente gemacht in der Schicht, aber jetzt nicht, was tagesaktuelle Entlastung angeht, sondern eher Langzeitkundenmodelle, Gefahren etc. Nichtsdestotrotz muss man, glaube ich, was die Frage der Attraktivität von Schicht angeht, den Fokus darauf legen, dass die Tatsache, dass es immer schwieriger wird, junge Menschen für Schichtarbeit zu begeistern, mit in den Fokus nehmen. Wir haben jetzt lange nichts mehr gemacht in dem Bereich. Wir haben die Feststellung, dass in anderen Branchen die Schichtzuschläge oder Nachtschichtzuschläge auch deutlich höher sind. Deswegen haben wir diesen Punkt mit aufgegriffen und mit in die Forderung aufgenommen, um zumindest an der Stelle nochmal ein entsprechendes Signal zu setzen. Das Ganze bekommt jetzt gerade mit Blick auf die aktuellen Inflationsraten, mit Blick auf Energiepreise, mit Blick auf die Zappsäule aus meiner Sicht zumindest nochmal eine besondere Komponente. Denn diejenigen, die bei uns Nachtschicht machen müssen, sind in der Regel auch diejenigen, je nach Arbeitszeit, die nicht mit dem ÖPNV zur Arbeit kommen, sondern ihr Auto brauchen. Manchmal in Fahrgemeinschaften, aber häufig eben auch alleine, weil zu der Zeit einfach kein Zug oder keine Bahn mehr fährt. Und von daher, das gilt für alle Pender, das weiß ich, aber für die, die auf jeden Fall nicht anders können, weil eben kein öffentlicher Personennahverkehr da ist, kriegt das auch nochmal mit Blick auf besondere Belastungen und Kosten, glaube ich, auch nochmal eine entsprechende Würdigung, das dann auch zu tun. Und von daher haben das die Kolleginnen und Kollegen, die da 24, 7, 365 im Jahr auf Schicht arbeiten und dieses Land am Laufen halten. Die konnten übrigens nicht ins Homeoffice, sondern die mussten auch in den Pandemiezeiten durcharbeiten. Das jetzt an der Stelle nochmal gesondert zu würdigen, ist, glaube ich, ein richtiger Moment. Peter von Conti schreibt dazu aktuell im Chat, wird es mit der Nachtschicht-Zulage denn klappen oder fällt diese Forderung der aktuellen Situation zum Opfer? Wird die Forderung beibehalten oder verschoben? Also ob das klappen wird, weiß ich nicht, weil ich die nächste Runde nicht voraussagen kann. Ich kann dir aber versprechen, dass wir an der Forderung, dass wir die Forderung beibehalten werden. Es gibt auch gar keinen Grund, sie rauszunehmen, weil sie oft das Gesamtpaket am Ende des Tages, je nachdem, was man da macht, dann letztendlich auch keine Wirkung hat, die jetzt den kompletten Rahmen sprengt. Wir haben noch einen anderen Punkt, der eine Rolle spielt. Die Differenzierung zwischen regelmäßiger und unregelmäßiger Nachtschicht und den Zuschlägen von 15 und 20 Prozent, die Experten wissen, wovon ich rede, ist mittlerweile auch gerichtlich kritisch gestellt. Das war ein weiterer Punkt, warum wir das mit auf die Agenda genommen haben, weil wir nicht wieder in einer Situation, ähnlich wie bei der Teilzeit- und das Freizeitrutschen wollen, dass die Gerichte irgendwann Auflagen machen und Entscheidungen treffen, die uns zum Handeln zwingen, sondern das proaktiv zu machen, im Vorfeld zu machen und neben der Frage der Anhebung auch die Frage gleicher Werte für regelmäßige und unregelmäßige Nachtschicht mit in den Fokus zu nehmen. Also nochmal, wir nehmen die Forderung nicht zurück, sondern wir werden versuchen, sie umzusetzen. Was dabei rumkommt, werden wir dann sehen. Vielleicht dazu nochmal, da gibt es auch eine Frage von Patrick, die uns per Mail erreicht hat, der das grundsätzlich super findet, die 25-Prozent-Forderung. Er fragt sich aber, was ist mit den Kollegen, die schon viele Jahre in Betrieben arbeiten, die bereits 25 Prozent Nachtschichtzuschläge erhalten? Wie habt ihr euch das vorgestellt, dass der neue Tarifvertrag für alle Kollegen gleich gut ist? Ja, also Tarifverträge regle ich natürlich nicht für einzelne Betriebe oder wir, sondern für eine ganze Branche an der Stelle. Ich weiß, dass es Betriebe gibt, einzelne, die schon seit vielen Jahren auf betrieblicher Ebene die 25 Prozent vereinbart haben, wegen auch wahrscheinlich der Problematik, Fachkräfte zu kriegen. Ich muss sagen, da habt ihr einfach einen coolen Betriebsrat an der Stelle gehabt, die schon Jahre vorher das, was tarifvertraglich nicht zwingend erforderlich gewesen wäre, betrieblich geregelt hat. Aber ich weiß auch, dass es Betriebe gibt, die haben in ihrer Vereinbarung, die manchmal schon 20 Jahre alt sind, klugerweise mit reingenommen, dass wenn sich das tariflich verändert, dass entsprechend über andere Bezahlsysteme im Betrieb kompensiert wird, sodass das praktisch im Nachgang entsprechend auch organisiert wird. Zumindest von ein, zwei Großen weiß ich, dass das dann auch Bestandteil der Regelung ist, sodass man zwar nicht direkt partizipiert, aber indirekt natürlich, indem man sich dann eine Absicherung vor 20 Jahren gleich mit reingeschrieben hat und das ist dann wieder Sache der Betriebsparteien, das entsprechend zu organisieren, aber das ist rechtlich zumindest dann auch relativ klar und ich hoffe, dass die Betriebe da auch schnell eine alternative Lösung, um das wertgleich auszugleichen, hinbekommen. Nochmal ansonsten ist das halt, wie es ist. Man hat es 10, 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre früher bekommen und das ist erstmal eine coole Arbeit der Betriebsrätin. Okay. So, im Chat sehe ich keine weiteren Fragen zum Thema Schichtarbeit, deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen mal weiter zum nächsten Punkt, Ausbildung. Da gibt es eine Videofrage von Sebastian, die er uns erreicht hat. Ich hätte eine Frage für die aktuelle Tarifrunde und zwar steigen im Moment die Energiepreise für alle Verbraucher ins Unermessliche und das trifft halt besonders die niedrigen Einkommensstufen und damit sind auch die Azubis betroffen und da würde ich gerne wissen, inwiefern die Azubis und generell auch die niedrigeren Einkommensstufen denn da berücksichtigt werden, dass sie stärker entlastet werden. Ja, ich meine, die Frage habe ich zum Teil gerade eben schon beantwortet, dass wir ausnahmsweise in dieser Tarifrunde auch darauf einen Fokus legen wollen, einen Ticken, nicht unendlich, aber einen Ticken mehr zu machen, insbesondere für diejenigen, die jetzt nicht in den starken Entgeltgruppen sind und du hast natürlich vollkommen recht, das gilt gleichermaßen für die Auszubildende, das haben wir jetzt nicht mit einer Zahl beschrieben, aber du kannst sicher sein, dass wir auch darauf natürlich ein Augenmerk haben, genauso wie in den letzten Tarifrunden. Ich darf schlank daran erinnern, dass wir 2018 bei den Azubis eine Lohnsteigerung, die lag im Schnitt zwischen 9 und 13,5 Prozent, die schoss weit über das hinaus, was wir in der Tarifrunde insgesamt vereinbart hatten. Daran sieht man, glaube ich, ziemlich deutlich, dass wir euch als Azubis und die jungen Kolleginnen und Kollegen im Betrieb immer im Fokus haben, denn wir brauchen euch für die Zukunft. Finn hat über Instagram gefragt, ihr sagt, dass ihr neue Förderungsmöglichkeiten zur Ausbildung Jugendlicher entwickeln wollt. Was heißt das? Wie sollen die aussehen? Ihr habt Verständnis dafür, dass ich das, was wir in der letzten Runde beredet haben, jetzt nicht im Detail vorstelle, weil das alles immer unter dem Vorbehalt eines Gesamtabschlusses ist. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir neben der Frage der Ausbildungskapazitäten, die wir sehr, sehr kritisch diskutiert haben, wir hatten bis 2019 eigentlich immer eine gute Entwicklung in der Chemieindustrie, das schwankte mal von Land zu Land. Aber in Summe lagen wir immer über der Messlatte, die wir mal definiert hatten, die wir mal konkret beschrieben, dann haben wir sie auch einfach als Niveau beschrieben. Aber faktisch waren es immer die Anzahl an Ausbildungsplätzen, die wir als Flatter hatten. Die ist gerissen worden im Jahre 2020 und nochmal im Jahre 2021. 1.000 Ausbildungsplätze weniger, die wir in den zwei Jahren insgesamt erlebt haben in der Chemieindustrie. und das ist kein Vorzeigeblatt. Insbesondere nicht in Zeiten von Demografie und in Zeiten von Fachkräftemangel. Darüber haben wir sehr stringent diskutiert, hatten dann aber, fand ich, auch von beiden Seiten, ich will ja nicht nur meckern an der Stelle, von beiden Seiten eine sehr gute Diskussion, dass das Thema, junge Menschen auch in qualifizierte Ausbildung zu bekommen, mit Blick auf die Qualifikationen, die bei den Schulabgängern zu verzeichnen sind, das sind häufig nicht immer persönliche Schwächen, sondern eher auch Schwächen des Schulsystems, die Betriebe vor immer größere Herausforderungen stellen, sie auch in Ausbildung zu bringen und vor allen Dingen durchzubringen. Und die Jugend von uns hat gemeinsam mit uns Tarifpolitikern dazu zwei Ideen entwickelt. Das eine ist, dass man ausbildungsbegleitende Hilfen, so heißt das in der Fachsprache, die gibt es schon seit Ewigkeiten, stärker in den Fokus nehmen müssen. Ich weiß, dass viele Betriebe das tun, insbesondere die potenten Betriebe, die auch Ausbildungszentren und so haben, das schon längst machen. Aber wir haben natürlich in der Masse auch viele kleine und mittelständische Unternehmen in der Chemieindustrie und die wollen wir über den Unterstützungsverein der chemischen Industrie unterstützen, zumindest jetzt mal für die nächsten beiden Jahre auch solche Angebote generieren zu können. Und zwar konzeptionell einerseits, aber auch mit finanzieller Begleitung. und der andere Punkt, der auch bei unserer Jugend entwickelt worden ist, war die Erkenntnis, dass viele junge Menschen in den beiden letzten Jahren Corona-bedingt aufgrund von Schulausfall viele Sachen, die im Betrieb nicht gemacht werden konnten, Online-Ausbildung etc. ein Stück weit Defizite aufzeigen bei der Frage, wenn sie jetzt vor der Prüfung stehen oder im nächsten Jahr, das auch hinzubekommen. Und unsere Idee ist, auch hier den jungen Menschen ein Angebot zu machen, in der Prüfung vorbereitend zusätzliche Angebote bekommen. Auch da, insbesondere in den Bereichen, die solche Angebote als Betrieb nicht leisten können, weil sie nur zwei, drei, vier, fünf Auszubildende haben. Und wir wollen dafür auch Geld zur Verfügung stellen. Wir wollen gucken, dass wir Partner finden, die möglicherweise online dann solche Dinge auch anbieten, um bei den jeweiligen Prüfungen rechtzeitig vorher exklusiv für die Azubis in der Chemieindustrie auch solche prüfungsvorbereitenden Maßnahmen zu bauen. Das müssen wir dann im Detail noch bereden. Da wird es auch darum gehen, wie viel Geld man da zur Verfügung stellt. Da sind wir aber, glaube ich, ziemlich nah beieinander in der Logik. Und die Möglichkeiten des Unterstützungsvereins, der mal irgendwann in den 70ern gegründet wurde, erlaubt es uns auch, das hinzubekommen. Das wäre, finde ich, ein ziemlich cooles Angebot, sowohl für diejenigen, die jetzt da sind in der Ausbildung, als auch letztendlich für die, die gerne Ausbildung in der Schiene machen wollen, aber Hilfe brauchen, das insbesondere dann auch in der Anfangsphase entsprechend hinzubekommen. Das ist intelligente, gute Politik für Zukunft und für junge Menschen, finde ich. Dazu erreichen uns im Chat jetzt auch noch Fragen. Einmal von Noah und Ole aus Mainz. Die fragen, wird es im neuen Tarifvertrag festgeschriebene Zahlen für Ausbildungsplätze geben, an welche sich der Arbeitgeber auch zwingend halten muss? Wir hatten in der Vergangenheit nie Zahlen im Tarifvertrag, an die sich der Arbeitgeber zwingend halten muss. Das ist so ein bisschen eine Mehr, sondern es ist eine politische Orientierungsgröße und die hat sich, nachdem sie nicht mehr drin stand, als Zahl trotzdem durchgezogen wie ein roter Faden. Wir haben jedes Jahr, das steht im Tarifvertrag, rennrunde Tische in den Regionen und auf Bundesebene, um abzugleichen, was ist denn angeboten worden an Ausbildungsplätzen, was ist da letztendlich belegt worden, wie hat sich die Übernahmesituation entwickelt. Ich weiß nicht, ob wir es hinbekommen, eine Zahl reinzuschreiben. Aber mir ist der zweite Teil, den ich gerade beschrieben habe, viel, viel wichtiger, weil die Zahl, die vorher mal drin stand vor ein paar Jahren und die Zahl, die auch jetzt nach wie vor Messlatte für uns ist, nicht zwingend ist, sondern ein politisches Agreement seitens der Arbeitgeber in der Chemieindustrie. Und wichtig ist, unabhängig, ob da jetzt eine Zahl drin steht, die ich nicht sanktionieren kann. Ich kann nicht sagen, es wird irgendwie eine Strafe geben oder sonst was, was auch gar nicht geht, weil die Zahl für das ganze Bundesgebiet gilt. Wie sich das dann aufteilt auf die einzelnen Betriebe, ist eine andere Frage. Aber diese politische Größe, die wird so oder so Maßstab der Gespräche sein und auch Messlatte sein für die Frage, tun die Arbeitgeber in der Chemieindustrie genug oder nicht. Und Sie haben uns erklärt, dass Sie neben dem Problem, junge Leute zu kriegen, in den letzten Jahren auch immer Überbedarf ausgebildet hätten und deshalb die Zahl zustande gekommen ist. Ich habe danach nur eine Frage gestellt, weil ich es einfach verstehen wollte. Meine Frage lautete, wie kriegt man das hin, zehn Jahre lang Überbedarf auszubilden und hinterher Fachkräftemangel zu haben? Darauf hatten Sie keine Antwort. Und deswegen werden wir sowohl in den Regionen als auch in den Betrieben als auch in der nächsten Tarifrunde immer wieder deutlich machen, auch in den nächsten Tarifrunden immer wieder deutlich machen, dass derjenige, der Ausbildung verspielt, seine Zukunft verspielt. Und kurzfristiges Denken wegen irgendwelcher Effekte, Corona oder was weiß ich, gefährdet am Ende langfristig die Zukunft unserer Chemieindustrie und die Zukunft junger Menschen. Dazu gibt es auch noch eine weitere Frage. Im Chat siehst du eine Möglichkeit, ausgebildete, nacherfolgte Ausbildung an den Ausbildungsbetrieb zu binden? Also tariflich zwingend auf Bundesebene wird man das nicht hinbekommen. Wir haben ein paar Betriebsvereinbarungen, wir haben auch ein paar Empfehlungen in den Tarifverträgen drin. Ich glaube, neben der politischen Diskussion, die deine Frage, die berechtigt ist, aufgreift, ist die Frage, wie diskutiert man das in der betrieblichen Ebene, in der betrieblichen Mitbestimmung. Da sind wir bei dem Thema, das in der letzten Tarifrunde eine Riesenrolle gespielt hat, was ist eigentlich die Personalbedarfsplanung in den Unternehmen. Und ich habe ehrlich gesagt, ich kriege manchmal Schreikrämpfe, wenn ich sehe, dass Unternehmen die Azubis befristet übernehmen für ein halbes Jahr oder für ein Jahr, um sie dann anschließend zu entfristen. Ich meine, die kennen die jungen Männer und Frauen dreieinhalb Jahre lang und müssen dann noch mal irgendwie, weil sie es können, eine Befristung drauflegen, welchen Sinn und Zweck das haben soll, ist in Zeiten, wo ich händeringend nach jungen Menschen suche, die langfristig in meinem Betrieb arbeiten wollen, völlig irrational an der Stelle. Und ich habe mal ein Unternehmen gefragt, kleineren Betrieb, ich sage, warum machen Sie das denn? Übernehmen Sie die doch gleich, am besten mit der Einstellung als Auszubildenden. Wenn du nicht selber einen Löffel klaust, kriegst du anschließend auch einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei mir. Die lapidare Antwort, die ich bekam, weil ich es kann. Und von daher werden wir sie per Tarifvertrag, weil das zu weit geht, in die Eingriffsmöglichkeiten nicht wirklich zwingen können. Auf der anderen Seite sollten wir, glaube ich, aber auch auf der betrieblichen Seite noch mal schärfer darauf hinweisen, weil es ist der gleiche Punkt, den ich eben beschrieben habe. Nur aus Angst oder weil ich noch mal wieder gucken will oder weil ich die Möglichkeit habe, junge Menschen in Unsicherheit zu bringen. macht überhaupt keinen Sinn. Und was passieren wird in den kommenden Jahren, weil wir noch gar nicht am Peak der gebotenstarken Jahrgänge, die dann rausgehen aus dem Betrieb sind. Die jungen Leute werden sich aussuchen, wo sie hingehen. Die jungen Leute werden entscheiden, nicht wo kriege ich einen Ausbildungsplatz, sondern welchen Ausbildungsplatz nehme ich an, welchem Arbeitgeber gebe ich den Zuschlag an der Stelle. Und da werden ganz andere Mechanismen zum Tragen kommen. Und ich bin manchmal echt schockiert, das gilt nicht für alle, viele gehen da vernünftig mit um. Wir haben auch nach den Befristungen dann insgesamt Quoten, die deutlich höher sind. Aber dieses Rumgezottel ist ehrlich gesagt unerträglich und schadet am Ende dem Unternehmen. Zeit weiterzugehen. Wir haben ja noch den Punkt gute mobile Arbeit regeln. Dazu gab es über unseren Messenger eine Anfrage von Monika, die sagt, ich arbeite seit fast zwei Jahren viel im Homeoffice und würde das auch künftig gerne machen. Was kann die IG BCE da tun? Wir haben den Punkt aufgegriffen, sind da auch in den bisherigen Gesprächen, die wir dazu geführt haben, durchaus nah beieinander mit dem, was wir angeboten haben und machen wollen. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zwei Jahre, wenn man da über mobiles Arbeiten oder viele sagen mittlerweile hybrides Arbeiten nachgedacht hat, hatten wir zwei Diskussionen. Die eine bezog sich auf das Arbeitszeitgesetz. Da wurde dieses Bild gemalt. Ich fand immer dieses Bild so schön. Der alte Schwede, der da kommt, weil der Schwede ja so familienfreundlich ist. Also der alte Schwede sagt um drei Uhr, ich gehe jetzt aus dem Betrieb raus, fahrt zum Badesee, trifft da sein Kind, nachdem er vorher aus der Schule geholt hat. Das Kind plätschert im Wasser und er sitzt mit seinem Läppi so schön auf dem Bootsteg. Abends essen die noch zusammen, dann sinkt er sein Kind in den Schlaf und arbeitet noch irgendwie ein, zwei Stündchen anschließend nach. Und die Diskussion war deshalb entstanden, wegen Arbeitszeitgesetz und elf Stunden Ruhepause. Das war die Debatte vor Corona. Der zweite Punkt war, wenn im Betrieb mal nachgefragt wurde, kann ich nicht mobil arbeiten oder hybrid arbeiten, waren die meisten Chefs unterwegs und sagten, das ist der Untergrund des Abendlandes und der Betrieb wird gearbeitet, die sitzen zu Hause rum, schalten ihr Laptop ein, ich weiß ja nicht, ob die wirklich arbeiten. Diese ganze blöde Debatte, die wir seit 50 Jahren kennen in dem Zusammenhang. Und dann kam plötzlich dieser kleine Scheiß-Virus. und 25 Prozent der Erwerbstätigen in diesem Land saßen zu Hause. Und oh Wunder, es hat funktioniert. Die haben sogar gearbeitet, als sie zu Hause saßen. Die haben da nicht nur rumgelummert in der Jogginghose, sondern es war eben Ergebnis, kein großer Unterschied zu dem Erleben, außer Socializing und soziale Kontakte. Und so, das war in der harten Pandemiezeit, weil man da gar nicht vor die Tür durfte, schon ein Problem. Aber es ging technisch. Anfänglich hatten wir noch Schwierigkeiten mit Skype, hinterher hatten wir Teams. Alles wunderbar. So, von daher bemerkenswert, wie sich Grundeinstellungen von Unternehmen plötzlich ändern. Und der zweite Punkt, und da hast du vollkommen recht, wieder zurück in die alte Zeit, wird es aus meiner Sicht nicht geben. Ich bin bei uns im Laden hier selbst für Personal verantwortlich. Wir haben schon 2020 eine Betriebsvereinbarung dazu gemacht, dass wir diese Möglichkeit, hybrid zu arbeiten, wenn es klare Regeln sind, wenn die Rahmenbedingungen und so weiter und so weiter, ermöglicht werden muss. Weil es hat ein paar coole Elemente. Das ganze Thema der Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Leben hat eine völlig neue Dimension bekommen. Aber, und jetzt komme ich nicht bei dem Zeit, bei dem Punkt, den wir regeln wollen, wir haben auch festgestellt, dass wenn man das zu einem dauerhaften Arbeitsmodell und einer dauerhaften Arbeitsform macht, wir sehr wohl darauf achten müssen, unter welchen Bedingungen passiert das. Und ich habe immer von mobilen und hybriden Arbeit geredet und nicht von Homeoffice. Der Begriff ist mittlerweile ein bisschen umgedreht. Aber was ich meine ist, wir reden nicht über Telearbeit, weil da unterliege ich gesetzlichen restriktiven Maßnahmen, nach der Arbeitsstättenverordnung. Wenn das der Maßstab würde, würden das einige gar nicht können, weil sie die Rahmenbedingungen zu Hause nicht haben und das würde unendlich kompliziert, unendlich teuer. Aber deswegen gar nichts zu machen im Bereich von Arbeits- und Gesundheitsschutz. Geht nicht. Wir können doch nicht 150 Jahre Arbeits- und Gesundheitsschutz, den wir uns erarbeitet, erkämpft haben, wissenschaftlich definiert haben und in Gesetzen verankert haben, über Bord schmeißen und jeder sitzt dann da irgendwie und macht da für sich rum, wie es gerade möglich ist zu Hause. Jetzt male ich nochmal dieses Bild von dem alten Schweden, von dem ich vorhin erzählt habe. Das ist nicht das Erlebnis von mobiler Arbeit jetzt in der Pandemiezeit. Da sitzen die Kröten mit am Tisch, also die Kinder auf Deutsch, die haben Homeschooling, der Mann macht auch noch Homeoffice, Mann und Frau müssen sich möglicherweise noch ein Laptop teilen, weil sie nicht in der Lage sind, zwei Laptops anzuschaffen, weil ihnen das Geld fehlt und, 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 und. Ich will das jetzt nicht dramatisieren, auch nicht ins Lächerliche ziehen, aber das ist nicht nur vergnügensteuerpflichtig gewesen. Und wer wirklich in der Pandemiezeit von zu Hause arbeiten musste unter den besonderen Belastungen, der hat festgestellt, Mann ist eigentlich ganz cool, ich würde das gerne noch weitermachen, aber so nicht. Und das fängt beim Monitor an und hört bei anderen Fragen auf. Unsere Idee ist, um jetzt auf den Punkt zu kommen, die Erfahrungen, die wir einerseits bei den Beschäftigten und als Organisation, als Betriebsrätin gemacht haben, die Erfahrungen, die Unternehmen gemacht haben, weil die auch eine Reihe von wichtigen Fragestellungen sind, zusammenzubringen und mit wissenschaftlicher Expertise in einen Raum zu sperren, sag ich mal, im symbolischen Sinne, um diese Erkenntnisse und auch das, was uns Wissenschaft noch mit auf den Weg geben kann, zusammenzubringen, um so etwas wie Eckpunkte und Parameter für gute, hybride und mobile Arbeit zu entwickeln. Also kein Schnellschuss, jetzt wieder im Verhandlungswege, wir müssen dies regeln, das regeln, das regeln, sondern, wie wir uns eigentlich immer über viele Jahre in der Chemie auch ausgezeichnet haben, Expertise reinzubringen, Intelligenz reinzubringen, Erfahrung reinzubringen und aus diesen Dingen was Vernünftiges letztendlich zu bauen. Ob das dann ein Tarifvertrag wird oder eine Empfehlung oder Hilfestellung für die Betriebsräte, das werden wir dann im nächsten Jahr sehen. Wir haben eine ganze Reihe von Betriebsvereinbarungen zum mobilen Arbeiten und ich sage mal, ohne jetzt da despektierlich zu sein, da ist von wow bis so ziemlich alles an Regelungen dabei, wofür ich Verständnis habe, weil sie in der Not der Pandemie entwickelt worden sind. Da musste das schnell gehen, da musste man gucken, wie man in drei Tagen die Leute nach Hause bringt und deswegen haben wir da, was die Exzellenz und die Expertisen angeht, Bedarf zu reden und das zu regeln am Ende des Tages. Aber erst mal geht es darum, sich die Zeit zu nehmen, da wirklich auch einen tiefen Blick in die notwendigen Handlungsoptionen reinzubringen. Okay, dem entnehme ich aber, dass sozusagen, der Heiko fragt das nämlich auch aus Ludwigshafen, wurde über das Thema Homeoffice bisher überhaupt gesprochen oder wurde das angesprochen? Also ihr seid da schon relativ gut unterwegs. Das haben wir in der Runde angesprochen, auch schon im Vorfeld, wir haben natürlich ein bisschen vorgearbeitet, auch bei dem Thema Ausbildung und ich glaube, dass man das mit der Zielsetzung, wir versuchen da wirklich Tiefe reinzukriegen und jetzt nicht nur Krickelkackel, hier gibt es fünf Euro für ein WLAN oder sonst was, sondern einen ganzheitlichen Blick auf das Thema Zukunft von mobilen Arbeit zu bauen und das ist für mich und für uns als Bundestagskommission auch ein Stück weit der Auftakt, sich dem Thema veränderter Arbeitswelten und der Transformation insgesamt zu nähern, weil es geht da nicht nur um hybrides, mobiles Arbeiten. Wir werden auch ganz andere Themen in den kommenden Jahren aufgrund von Digitalisierung, aufgrund von geänderten Geschäftsmodellen reinbekommen, die am Ende des Tages tarifliche Regelungsbestandteile sein werden. Das ist jetzt der erste Punkt, weil er nicht zuletzt durch Corona und die Pandemie wirklich augenscheinlich auf dem Tisch liegt. Prima. Es gibt noch ein paar Fragen, sage ich mal, die gehen so ein bisschen über die Systematik unserer Forderungen hinaus. Eine kommt jetzt per Video von Kai. Lieber Ralf, erste Runde ist abgeschlossen. Wie ist dein Eindruck von der Arbeitgeberseite? Hast du den gleichen Eindruck wie wir auf der Regionalebene, dass die Arbeitgeberseite relativ defensiv ist? Ja, sind sie immer, wenn es losgeht. Wobei ich gar nicht weiß, ob sie defensiv sind, sondern eher, da braucht man auch immer ein paar Runden, also zumindest die Arbeitgeber, an der Stelle, bis die auf Betriebstemperatur sind und sich wirklich dem Thema nähern. Ich glaube, mit Blick auf die nochmal fürchterlichen Ereignisse in der Ukraine sind wirklich einige mit dem Glauben nach hinbekommen, wir verschieben die Show, weil das ja schon mal gemacht worden ist in der Pandemie und so. von anderen Gewerkschaften, da hatten wir allerdings keine Inflationsraten von 5, 6 Prozent und mehr. Und von daher haben wir, glaube ich, unmissverständlich deutlich gemacht, dass so eine Nummer mit uns unter den gegebenen Bedingungen nicht zu machen ist. Und ich bin mal gespannt, wie es dann nächste Woche aussieht, ob wir dann wirklich auch in Medias Res gehen und konkret werden können. Enttäuscht, weiß ich nicht, sondern eher bestätigt. Insbesondere auch mit den grundsätzlichen Diskussionen, die wir da geführt haben, da habe ich vorhin drüber gesprochen. Und nochmal, jetzt muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen, an ein paar Punkten sind wir auch ein ganzes Stück weitergekommen. Ich habe sie versucht zu beschreiben, ohne das letzte Detail zu nennen, weil es noch nicht klar ist. Also es war jetzt nicht nur irgendwie vertane Zeit, aber man hätte mehr machen können, wenn man soweit gewesen wäre, sich den Verantwortung zu stellen. Dann haben uns mehrere Fragen erreicht, Ralf, zum Thema Altersfreizeit bei Teilzeit. Ah, mein Lieblingsdienst. Genau. Für viele Leute eben auch ein wichtiges Thema. Kerstin zum Beispiel schreibt, sie ist persönlich sozusagen betroffen davon und fragt, ist es angedacht, dieses Thema in den kommenden Tarifverhandlungen zu regeln? Kerstin, ich kann natürlich jetzt nicht sagen, was ich nicht habe, weil, wie gesagt, am Ende gibt es ein Gesamtergebnis und dann kommt die Unterschrift runter. Aber wir haben das Thema natürlich schon vor der Runde deutlich platziert. Es gibt da auch ein Urteil drüber, es gibt eine Verfassungsklage und ich will das nicht kommentieren, um die gute Stimmung, die nicht gut ist, aber sie nicht noch schlechter zu machen. Aber sei gewiss, dass wir nach dieser Tarifrunde, wenn wir sie denn zu Ende bekommen, nächste Woche oder wann auch immer in den nächsten Tagen und Wochen, dieses Thema unabhängig von der Verfassungsklage final geregelt haben. Es wird einen Altersfreizeitanspruch für Teilzeitbeschäftigte geben. Das ist unsere feste Position, da haben wir uns auch im Vorfeld darüber diskutiert. Wie gesagt, wir haben das nicht unter Dach und Fach, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir aus dieser Tarifrunde rausgehen, ohne ein höchstrichterliches Ergebnis des Bundesarbeitsgerichtes nicht letztendlich auch in unseren Tarifverträgen zu ratifizieren. Sei gewiss, da kommt das. Der Markus fragte uns per Mail zum Stichwort Sozialpartnerschaft, wie verhindern wir, dass wir als Sozialpartner uns selbst verkaufen? Bei uns ist der letzte Arbeitskampf ja ewig her. wie realistisch ist ein echter Streik, um unsere Gehaltsforderungen zu sichern. Die Frage kommt immer wieder, ich will noch mal eben an das Chart erinnern, was wir gerade aufgelegt haben. Und wir können das gerne in Benchmark setzen zu anderen Tarifbereichen, würde ich aber gar nicht tun, die heftig gestreikt haben. Und ich sage mal, das ist zumindest meine tiefe Überzeugung, eine Tarifrunde wird doch nicht besser, weil ich gestreikt habe. Wenn ich streiken muss, um die Tarifrunde besser zu machen, dann ist das ein probates Mittel, auf das die IG BCE niemals verzichten würde. Aber, und das finde ich, ist eine Form, die ziemlich cool ist, wenn ich auch ohne Streik, mit guten Argumenten, mit Klarheit in der Sache und mit Unterstützung meiner Kolleginnen und Kollegen im Betrieb gute Ergebnisse hinbekomme, wie meine Vorgänger in den letzten Jahrzehnten auch. Dann stellt sich doch nicht die Frage, ob wir gute Tarifarbeit gemacht haben wegen dem Arbeitskampf. An dem Punkt die Frage stellt sich, ob wir möglicherweise auch ein Modell in der Chemieindustrie entwickelt haben. Dafür werbe ich ja die ganze Zeit, dass es ermöglicht, da auf Augenhöhe auch tragbare Ergebnisse, die top sind, im Benchmark zu anderen Bereichen, ohne dass ich die anderen schmälern will. Natürlich hat man andere Ausgangslagen und so weiter und so weiter. Aber ich fange doch nicht an, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, wo ich sage, ich muss jetzt erst mal streiken oder Warnstreiken oder sonst was machen, bevor ich an den Verhandlungstisch komme. Wenn ich am Verhandlungstisch am Ende bin und nicht weiterkommt und die Situation kann bei jeder Tarifrunde immer wieder neu entstehen, dann ist das ein probates Mittel, es zu tun. Aber es zu tun, um es zu tun, um des Willens es zu tun, finde ich nicht besonders klug. Prima. Trotz allem sind einige jetzt schon besonders engagiert dabei und fragen nach größeren Aktionen, unter anderem auch in Wiesbaden. Dazu kann ich euch sagen, dass wir sozusagen schon in dieser Woche die Aktionswoche begonnen haben und es diverse Veranstaltungen gibt und geben wird. Unter anderem haben wir eine Fahrraddemo in Uerdingen gehabt, eine Kaffee plus X Aktion in Recklinghausen, Conti in Nordheim hat eine Aktion gefahren und, und, und. Das sind nur die ersten Bilder, die uns jetzt vorliegen. Da ist dezentral in vielen, vielen Betrieben jetzt einiges auf dem Weg. Und die Arbeitgeber, insofern die Frage des Kollegen oder der Kollegin aus Wiesbaden, wollen wir mal noch nicht ganz beantworten, aber die Arbeitgeber können sich sicherlich darauf einstellen, dass es auch was gibt, was sozusagen im Umfeld der zweiten Verhandlungsrunde stattfindet, womit ich sozusagen schon beim Hinweis bin. vierter, fünfter April werden wir uns mit der Arbeitgeberseite treffen in Wiesbaden und hoffen zu einem Ergebnis zu kommen. Dazu kann Ralf ja vielleicht gleich noch was sagen. Ich habe nur noch den Hinweis an euch, wenn ihr auf der Höhe der Zeit sein wollt, bleiben wollt, was die Verhandlungen angeht, wenn ihr immer aktuell sozusagen als Erste informiert sein wollt, dann ladet euch die meine IG BCE App runter, da kriegt ihr als Erste die Push-Meldung vor allen anderen und seid sozusagen auf dem Laufenden. Und das wird natürlich am 4. 5. besonders spannend und Ralf, ich würde dich bitten vielleicht noch mal zu sagen, mit welchen Erwartungen, Hoffnungen, realistischen Einschätzungen du in diese Runde gehst nächste Woche. Also zu den Aktionen und Planungen hast du glaube ich alles gesagt, ihr kennt das vor Ort, wir wissen ja nicht immer wo, wann, wie, was passiert. Ob größere Aktionen geplant sind, hat der Thomas gefragt, aus Luh, schöne Grüße in meine alte Heimat, bin immer gerne bei euch und denke gerne an euch zurück, aber die Dinge werden wir dann bereden und wir werden ja auch die Sicherheit haben, am 4. Am 5. April durch zu sein. Wenn das nicht gelingt, werden wir dort mit der Bundeskarif-Kommission die weiteren Schritte bereden und möglicherweise dann auch neben den sehr arbeitgeberfreundlichen Hinweisen, die wir in unseren Aktionen immer wieder verbinden, auch zeigen, dass man möglicherweise anders muss, aber ich will jetzt gar nicht da in so eine bedrohliche Situation geraten, sondern sehr, sehr ernst meine Erwartungshaltungen deutlich machen, die ich schon in der ersten Runde deutlich gemacht habe. Wir sind in einer Ausnahmesituation, zumindest droht eine Ausnahmesituation, sowohl für die Beschäftigten als auch für die Unternehmen. Ich finde, wir haben ohne Not rechtzeitig vor der ersten Runde ein klares Angebot, wie man verantwortungsbewusst mit einer solchen Situation, die ich in den letzten 30, 40 Jahren noch nie so in der Intensität erlebt habe, umzugehen gedenkt. Und das war, finde ich, mit Blick auf eine intelligente und kluge Gewerkschaft, bevor wir uns dann wieder mit Daten hin und her kloppen, ein guter Ansatz, den viele auch aufgegriffen haben. Es ist leider nicht gelungen, das zum Ende zu bringen. Und meine Erwartungshaltung und meine Hoffnung, insbesondere auch an diejenigen, die als Arbeitgeber gerade zuschauen. Ich verbute mal, dass sie alle wieder freundlich verfolgen, was wir hier so gerade diskutieren. Nehmen Sie das sehr, sehr ernst. Dieses Angebot der Brücke gilt auch für die zweite Tarifrunde. Wenn es wieder im Sande verläuft und wir wieder nicht an eine Ziellinie kommen, wo wir sagen, hier wird Verantwortung für beide Seiten sichtbar, dann werden wir am Dienstag Mittag in Wiesbaden entscheiden müssen, wie gehen wir weiter damit um. Weil nichts, das habe ich am letzten Mal schon gesagt, nichts wird besser, wenn man irgendwelche Spielchen spielt, die man sonst vielleicht üblicherweise aus Tarifrunden kennt. Nichts wird besser in der Frage der Verantwortung, nichts wird besser in der Frage der Rahmenbedingungen. Deswegen bitte ich diejenigen, und da gibt es viele, auch im Lager der Arbeitgeber, sich bis Montag insoweit zu besinnen, dass wir den Versuch starten, dann auch diese schwierige Runde, nochmal wahrscheinlich die schwierigste, die ich persönlich jemals gemacht habe, vielleicht wir beide, BAVC, Arbeitgeberverband und Gewerkschaften, zu einem vernünftigen Ende zu bringen, das sowohl meine Kolleginnen und Kollegen wertschätzt, auf der einen Seite, aber auch die Brücke baut, die wir über das Tal der Unsicherheit brauchen. Ich lade Sie dazu ein und ich hoffe, Sie gehen mit der gleichen Ernsthaftigkeit daran, wie wir das schon in Hannover getan haben. Vielen Dank, Ralf, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich kann nur nochmal sagen, vielen lieben Dank für die vielen Fragen, die uns erreicht haben. Ihr kennt das, wir können nicht alle beantworten, wir haben hoffentlich einen guten Schnitt sozusagen der Fragen gebildet, sodass ihr euch ein umfassendes Bild machen konntet und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch an Ralf, dass er sich die Zeit genommen hat und ich wünsche noch einen schönen Abend und ihr hört von uns. Ciao, ciao. ! Às morgens ist das war mit